Was geht ab, Leute? Heute spielen wir Essen und Zerstören, ja? Wir müssen heute probieren, die ganze Map aufzuessen. Wir fangen direkt mal an mit dieser Map hier, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Hau auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button, wenn ihr denkt, dass wir heute die ganze Stadt aufessen können, Leute. Wir sind es in der Stadt, Freunde, und können jetzt hier anfangen, die Äpfel zu essen. Also für Steine, so die hier rumliegen, ist es leider noch ein bisschen zu früh, Freunde. Dafür sind wir noch zu klein. Aber man kann schon sehen, wenn wir ein bisschen rauszoomen, dass hier Leute auch ganz, ganz riesig sind, Alter. Das ist ja ohne mal. Wir können zum Beispiel auch gratis Special Abilities holen, also so Fähigkeiten. Zum Beispiel hier einmal upgraden, Leute, haben wir jetzt Speed. Das kostet aber 30 Münzen. Und 30 Münzen habe ich leider noch nicht, Leute. Hier erstmal, zack, ein paar Äpfel essen, hier, damit wir auch ein bisschen größer werden, Freunde. Zack, und noch ein Apfel. Und hier vorne, komm, wir nehmen noch ein paar mit, Leute. So, zack, und dann gucken wir gleich mal im Shop, was wir uns da alles so kaufen können. Heute werden wir nämlich probieren, der Größte in dem ganzen Server zu werden und probieren, die ganze Stadt aufzuessen, Leute. Weil jetzt hier mit den Äpfeln ist mir noch ein bisschen zu mickrig, muss ich sagen. So, okay, also es dauert mir auch allgemein einfach schon jetzt viel zu lang. Hier sind auf jeden Fall die anderen Maps, hier im Shop kann man sehen. Können wir uns hier so Juwelen kaufen, Passes gibt es ja zum Beispiel auch. Einmal den Fettmodus, warte mal ganz kurz, für 40 Robux, Fettmodus, Leute. Gucken wir doch mal ganz kurz, was wir so für den Fettmodus bekommen. Also, wir können jetzt hier anscheinend einmal aussehen, fett zu werden. Und, ah, Leute, guck mal, wir sind jetzt hier einfach fett. Und, oh, ich kann schon Steine essen. Was, ich kann einfach schon Steine essen jetzt, weil ich so dick geworden bin. Guck mal, Leute, wie ich aussehe. Und jetzt bin ich level up, ja. Und ich bin einfach mega, mega dick, Leute. Zack, und kann ich schon Heubein essen? Nein, leider auch noch nicht. Aber, ha, wie ich einfach aussehe, Leute, mega, mega dick. Mich würde es auf jeden Fall mal mega interessieren, wie wir jetzt hier so an Münzen kommen, Leute. Weil wir können jetzt zum Beispiel durch diesen Fettmodus stehen, hier auch so Hydranten und sowas essen. Guck mal, jetzt kommt hier so Wasser raus, Leute. Und wir können die Äpfel einfach zertreten. Guck mal, wir zertreten die Äpfel. Und durch dieses Zertreten, ah, durch dieses Zertreten, Freunde, kriegen wir jetzt also Münzen. Guck mal hier. Das heißt, je mehr Äpfel wir jetzt zertreten, desto mehr Münzen bekommen wir. Das ist ja mal mega, mega cool. Also, ey, Leute, wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen mehr essen. Dann können wir auch schon gefühlt danach sogar die Steine zertreten. Weil wir einfach so dick sind, Leute. Wir sind einfach hier so mega, mega dick. So, jetzt hier, zack, paar Äpfel noch zertreten, so. Leute, und das Coole ist jetzt auch, pass auf, wir machen das jetzt mal so. Ich kaufe mir jetzt hier ganz kurz mal VIP, okay? Für 300 Robux. So, 300 Robux ausgegeben. Dann kriegen wir jetzt doppelte Gems und sowas. Und keine Duplikate. Und ich würde mal sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier 300, ähm, solche... Ne, wir machen 600, Leute. Wir kaufen uns jetzt mal 600 Juwelen, so, zack. Und mit diesen Juwelen können wir jetzt nämlich uns spezielle Fähigkeiten kaufen. Hier nämlich, erstmal müssen wir hier, gut, das kostet 30 Dollar hier. Aber wir können zum Beispiel hier bei den Crates, können wir einmal eine Gratis-Truhe kaufen, Leute. Die ist nämlich gratis. So, wir können es auch noch einmal garantieren. Oder beziehungsweise kaufen, Leute. Und jetzt geht es hier zu der Truhe hin. Wir kriegen jetzt einmal, okay, das ist normal, Punch Black. Also schwarzen Schlag. Äh, gehen wir nochmal hier ins Inventar und equippen das Ganze mal. So, auf Kuh. Und jetzt haben wir einen schwarzen Schlag. Wow. Oha. Leute, haben Sie das gerade gesehen? Wir können damit jetzt einfach so andere... Alter, wie groß ist der neben uns? Wir können halt einfach so ein Haus oder so zerstören. Ey, wie krass ist das denn, bitteschön? Guck mal hier. Nochmal ein paar andere Sachen nehmen hier. Zack. Und... Ja. Okay, also bis zu den Bäumen sind wir auf jeden Fall gerade leider noch nicht. Und der hier ist auf jeden Fall mega, mega groß. Der macht hier einfach die ganzen Häuser kaputt, Leute. Guck mal, der rennt hier einfach so durch die Map. Also so groß wollen wir auf jeden Fall auch werden. Deswegen gehen wir jetzt mal hier, zack, hier hin und dann zu den Crays, Leute. Und da können wir auf jeden Fall uns jetzt einmal eine Tier 1 Crate kaufen, eine Tier 2 Crate oder eine Tier 3 Crate, Leute. Gibt zum Beispiel 60% Legendär, 40% äh... 60% äh, selten, 40% Legendär. Leute, deswegen würde ich mal sagen, wir kaufen uns jetzt einfach ganz kurz eine Tier 2 Crate, okay? Also wir fangen mal leicht an. So, und jetzt kaufen wir uns die jetzt, Leute. Und dann schauen wir mal, kriegen jetzt einmal Smite in... Oh, was... Ey, wir haben direkt am Anfang was Legendäres bekommen, Leute. Was? Wir haben gerade einfach 5% Chance bekommen. Was Legendäres, Leute. Ey, wie krass ist das denn? Okay, warte mal, gehen wir ins Inventar und jetzt equipen wir mal Smite und machen das mal auf E, Leute. Also das ist jetzt was Legendäres. Was kann denn hier dieses Smite? Wir gehen jetzt mal hier... Oh, ich kann schon Bäume essen, Leute. Ich kann schon Bäume essen. So, ich geh jetzt mal hier hin und mach Smite. Und... Oh, das ist, glaube ich, so ein... Leute, Smite ist, glaube ich, einfach so ein Blitzschlag von oben. Guck dir das mal an, wie das hier aussieht. Die Häuser sind einfach komplett kaputt. Guck mal hier, ich kann mir noch die Häuser jetzt nehmen und jetzt auch nochmal gegen dieses Haus hier schlagen. Boom. Hey, das ist ja unnormal, Leute. Wie cool ist das denn? So, kann ich mir noch hier einmal was gratis holen, Leute? Genau, ich kann nochmal einmal Speed upgraden, Leute. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller. Also, dadurch können wir jetzt nochmal ein bisschen schneller laufen. Dann können wir uns hier noch allgemein... Zum Beispiel können wir uns unseren Punch upgraden oder Smite upgraden, Leute. Das heißt, die werden jetzt zum Beispiel in verschiedene Level. So, bam. Und jetzt auch nochmal hier. Komm. Und hol den Gottesblitz, Leute. Den Gottesblitz-Bats. Oha, Alter. Okay, warte mal. Das ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. So, können wir auf jeden Fall dann die Häuser so ein bisschen besser... Ja, auf die Häuser auf jeden Fall besser zielen. Hier unten ist auch so ein ganz kleiner Mensch hier. Guck mal, wir können schon einfach über die Steine und so auch schon rüber laufen. Also, dadurch kriegen wir dann die ganzen Münzen, Leute. Ey, es ist ja mal mega, mega cool. So, guck mal, wenn wir ein bisschen rauszukommen, weil wir sehen jetzt, wenn wir fett wegmachen, sehen wir so aus. Also, es geht auf jeden Fall noch. Ist jetzt nicht so... Hey, der ist so groß, der Typ, ne? Der ist so groß, ne? Wie kann man wirklich schon so groß werden? So, jetzt hier nochmal ein paar Bäume einsammeln. Und ich bin mal gespannt, wann wir gleich soweit sind und hier zum Beispiel schon mal die Autos oder so holen können. Lassen wir mal hier ganz kurz zu dem Auto hingehen. So, und... Ja, wir können schon Autos essen, Leute. Und wow, die ist riesengroß. So, hier, level up, Leute. Hier auch schon ein paar Laternen und so. Oh, die macht auch gerade alles kaputt. So, passt auf. Wir machen jetzt hier wieder. Zack, und Blitzschlag. Bäm, oha, Leute. Einfach hier so ein mega, mega Blitzschlag. Hier, Häuser auch nochmal jetzt essen. Können wir jetzt allgemein schon Häuser essen, Leute? Wir können... Oh mein Gott, wir können schon Häuser essen. Hä? Wie krass ist das denn, Alter? Wir können einfach schon Häuser essen, Leute. Wie cool ist das denn? Guck mal so auf. Wir hauen jetzt mal hier dieses Hochhaus kaputt. Und ja, es funktioniert sogar. Wir haben einfach dieses Hochhaus kaputt gehauen. Haha. Gut, okay, Leute. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt hier wieder hier hin und upgraden uns jetzt mal ein paar Sachen. Wir können nämlich zum Beispiel einmal den Puncher machen, den mache ich jetzt aber nicht, weil das war einfach nur eine ganz normale Sache. Ich mache auf jeden Fall mal Smite höher, Leute. Für 150, äh, Coins kriegen wir jetzt auf jeden Fall eine Stufe ab, Leute, was das angeht. Und wir können jetzt auch nochmal hier ganz kurz nochmal eine neue Crate kaufen. Und ich hole jetzt mal eine Tier 3 Crate, Leute. Vielleicht kriegen wir da ja wieder was Legendäres jetzt kommen. Kaufen, Leute. Auf jeden Fall, äh, kein Duplikat. Und jetzt, Leute, bin ich mal gespannt. Kein Duplikat. Mal gucken. Und wir haben, okay, Beam Blue. Also nur etwas Seltenes. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich dachte, das kriegt vielleicht wieder was Legendäres, aber ist in Ordnung, Leute. Hier auf F setzen wir das Ganze jetzt mal so. Und jetzt haben wir ja anscheinend Beam Blau. Und was kann dieser Beam, Leute? Ich drücke jetzt mal, was mache ich denn? Der ist auf F gesetzt. Okay. Dann Beam. Und, uuuuuh, was? Leute, ich kann damit einmal die ganzen Häuser kaputt machen. Hä, wie cool ist das denn? Guck mal, ich kann doch die Autos und so zertreten. Ey, das ist ja unnormal, Leute. Hier nochmal Level Up. Sehr, sehr gut, Leute. Einmal nochmal Level Up geworden. Kann ich auch schon, ich kann auch schon einfach die Scheunen essen. Bitte was? Und die werden mir jetzt auch noch geklaut. Das gibt es doch nicht. Pass auf, ich mache das jetzt mal so, Leute. Da vorne sind auf jeden Fall ein paar neue Sachen. Mal gucken. Smite Upgraded und Bäm. Oha, Alter. Das ist ja unnormal, Leute. Das ist ja wirklich mega, mega unnormal. Wie wir jetzt auch einfach hier die ganzen Häuser so schon essen können. Ich gucke mal, auf der besten Liste sind wir gerade auf Platz 4. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, auf den ersten Platz zu kommen. Also, das wird auf jeden Fall ein kleines bisschen dauern. Aber das Gute ist ja, wir haben ja Spezialfähigkeiten. Wow. Okay, gut. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ein paar Bäume habe ich mitgenommen. Aber, Leute. Ich hätte ja schon Lust, hier dieses riesen Windrad kaputt zu machen. Deswegen einmal einen Blitz draufhauen. Bäm. Ha, ha. Ey, Leute. Das ist ja unnormal. Ich finde, wir müssen aber langsam mal unsere Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch machen. Weil wir laufen hier schon wieder ein bisschen zu langsam. Deswegen hier Geschwindigkeit upgraden. Wir sind auf Level 2, Leute. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen zu groß geworden. Und jetzt können wir auf jeden Fall wieder schneller laufen, Leute. So, und jetzt hier einmal ganz kurz. Dieses Haus raus kaputt dauernd. Oh, es funktioniert sogar, Leute. Es funktioniert einfach sogar. Jetzt hier nochmal, zack, auf die Autos und so rauf gehen. Ey, das ist ja unnormal. So, jetzt hier auch nochmal ganz kurz. Äh. Oh, bim, Leute. Bäm. Dieses Haus kaputt machen. Oha, ey. Das ist ja sowas von cool. So, da vorne. Ich gucke mal gerade. Da vorne sind noch mehr Hochhäuser. Wir gehen mal ganz da vorne hinten hin zu den Hochhäusern, Leute. Weil da gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Möglichkeiten, die wir so haben. So, passt auf. Ich haue jetzt einmal ganz kurz. Ähm. Was mache ich denn jetzt mal ganz kurz? Ne, passt auf. Ich spare mir jetzt mal alles für. Obwohl. Punch, Leute. Zack. Hochhaus weg. Beziehungsweise die Scheune weg, Leute. So, kann ich hier auch rüber gehen? Ja, ich kann hier einfach rüber gehen, Leute. Und jetzt, passt auf. Seht zu und lernt. So, aus dem Weg hier, Cornelius. Aus. Und einmal den Beam aktivieren, Leute. Und. Zack. Bam. Oha, Alter. Und jetzt noch hier, da vorne. Einmal Smiten machen. Also einmal einen heftigen Blitzschlag. Aufs Hochhaus. Ohoho. Aufs Hochhaus rauf, ey. Yo. Wie viel wir jetzt gerade einmal bekommen haben. Das ist ja unnormal, Leute. Komm. Wir öffnen hier auf jeden Fall jetzt nochmal eine Kiste, Leute. Eine Tier 2 Kiste. Komm. Vielleicht haben wir nochmal das Glück, dass wir etwas Legendäres bekommen. Das wäre auf jeden Fall nochmal mega cool. Und jetzt haben wir den gleichen Strahl, aber in lila, Leute. Also ich gucke mal gerade ganz kurz. Gehen wir mal ganz hier hin. Wir machen nochmal andere Kripp. Und dann haben wir jetzt den gleichen Strahl in lila. Kann der denn jetzt mehr, Leute? So, wir machen jetzt mal hier. Zack. So, kann der jetzt mehr? Also wir machen jetzt mal Beam. Hier ran und. Bam. Oh. Der hat auf jeden Fall zwei Hochhäuser kaputt gemacht, Leute. Wie cool ist das denn? So, hier. Haus weg mit dir. Einmal zerhauen. Alter Schwede, Leute. Das ist ja mal mega cool. Jetzt hier nochmal einen Blitzschlag rauf. Bam. Yo. Das ist ja sowas von verrückt, Alter. Oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt schon Top 3, Leute. Wir sind schon Top 3. Das war mega, mega cool. Gut, hier müssen wir auf jeden Fall wieder einen Strahl aktivieren. Und zack, durch die Häuser durch. Yo. Okay. Das gefällt mir, Leute. Hier nochmal gegenhauen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier durch die ganzen Häuser durchlaufen. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch nochmal genug Coins, die wir jetzt wieder nutzen können, um jetzt wieder Sachen abzugraden. Wir können es mal ganz kurz. Und dann Strahl, Leute. Und dann Strahl, den leveln wir jetzt mal ganz heftig hoch. Und dann auf jeden Fall nochmal Smite, Leute. Hochleveln. Auf Level 3. Das heißt, unser Blitzschlag ist jetzt auf Level 3 gesetzt, ja. Und das wird auf jeden Fall uns ordentlich was bringen. Passt mal auf, Leute. Passt mal auf. Erstmal hier den Punch. Bam. Und dann Blitzschlag, Freunde. Hauen wir jetzt mal hier vorne rauf. Und zack. Die ganzen Häuser hier kaputt machen. Dadurch kriegen wir auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Münzen und ganzen anderen Sachen hier. Die können auch schon die ganzen Scheunen wieder nehmen. Guck mal hier, wie die ganzen Häuser einfach ist. Jetzt hier durch die ganzen Häuser durch. Ein Strahl und zack, Leute. Bam. Bis nach hinten durch. Der haut hier, ey. Der haut hier um sich. Was macht denn der? Der haut einfach um sich, Leute. Und ich bin auf jeden Fall schon wieder ein bisschen langsam. Das merkt man ja, weil ich auch einfach so groß bin. Guck mal, wenn ich jetzt mal fett ausmache, dann bin ich so. So bin ich normal. Und so bin ich einfach, ey. Und so bin ich einfach fett. Ich kann die Bäume immer noch nicht bewegen. Das gibt es doch nicht, Leute. Passt auf. Wieder einen Beam machen. Und zack. Nein, ich habe daneben gehauen. Das gibt es doch nicht. Aber kein Problem. Dafür kommt der Blitzschlag. Bam. Und macht dieses Riesenwindrad einfach kaputt. Und jetzt hier nochmal ganz kurz. Zwei Häuser auf einen Schlag. Und boah. Ja, Mann. Und wieder Level ab, Freunde. Level 11. Ohne Probleme. Jetzt hier nochmal über die ganzen Dings drüber laufen, Leute. Wom kann ich denn die Bäume noch nicht kaputt machen? Egal. Mit dem Laserstrahl geht das auf jeden Fall. Alles ganz schnell kaputt, Freunde. Ohne Probleme jetzt hier. Komm, wir essen nochmal hier vorne die paar Hochhäuser. So, zack. Und noch ein Hochhaus. Und noch ein Hochhaus. Sehr, sehr gut, ey. Also es macht richtig viel Spaß, Freunde. Ich kaufe auf jeden Fall nochmal eine Crate, Leute. Für, ähm, 100 Gems. Dann haben wir auf jeden Fall auch keine Gems mehr. So, jetzt kaufen, Leute. Wünscht mir Glück für das legendäres Pummel. Leute, wir haben jetzt Pummel in weiß. Wow. Okay, pass auf. Ich mache mal den, ähm, den Punch mache ich mal weg für Pummel, Leute. Mal gucken, was Pummel so drauf hat. So, Pummel ist jetzt hier. Equipen wir einmal auf Q. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Pummel drauf hat. So, pass auf. Ich drücke jetzt mal Q, Leute. Und jetzt, oh, yo. Das ist quasi Punch. Aber nochmal viel heftiger. Der schlägt jetzt einfach um sich, Leute. Wow. Und Blitzschlag. Und nochmal den, den Beam, Leute. Und hier. Aktivieren den Beam gegen die Hochhäuser. Und zack. Wow. Ey, das ist ja mal mega, mega cool. Guck mal hier. Wie wir jetzt einfach aussehen. Mega groß, Leute. 1.800 Münzen haben wir jetzt auch schon. Wir können jetzt auch wieder die ganzen anderen Sachen upgraden, Leute. Ey, das ist ja mal mega, mega cool. Guck mal hier. Können wir jetzt auch schon, ja, wir können jetzt auch schon die Bäume essen, Leute. Das können wir eben noch nicht. Jetzt können wir aber auch schon die ganzen Bäume essen. Und warum sind die Äpfel jetzt hier so groß geworden, hier vorne? Hier sind einfach so mega, mega große Äpfel, Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich hier auch schon das Hauch raus? Nee, das Hauch raus kann ich noch nicht essen. Aber kein Problem. Ich habe Pummel. Ich zerhau es jetzt einfach ohne Probleme. Und jetzt hier nochmal einen Laserbeam, Leute. Und zack. Und bäh. Ist kaputt gemacht. Und hier Laser hier rauf. Zack, Leute. Oh mein Gott. Ey, das ist ja alles so verrückt. Das ist echt so verrückt, Freunde. Es macht auf jeden Fall mega, mega viel Spaß. Wir können auch schon die ganzen Häuser hier so zertreten, Leute. Ohne Probleme. Die können wir jetzt alle kaputt machen. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr da vorne noch eine weitere Folge sehen wollt, auf einer anderen Map, dann lasst uns auf jeden Fall mal einen Like. Da und ein Abo da, Freunde. Und schreckt also den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und abonniere dir diesen Kanal für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.